Musik Mitten am Tag machen wir Pause, Zeit auszuatmen, Zeit einzuatmen. Wir schließen die Augen und machen eine Pause von dem, was wir sehen. Wir schließen die Augen und schauen auf Gott, den wir unsichtbar hinter allem Sichtbaren erhoffen. Möge Gott uns allzeit führen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen heute zum Mittagsgebet hier aus der evangelischen Gustav-Adolf-Kirche in Wien, dem österreichweit größten evangelischen Kirchenbau, zugleich auch der erste Kirchenneubau hier in Wien. 1849 wurde die Kirche fertiggestellt. Lassen Sie uns für ein paar Minuten zur Ruhe kommen, Gottes Wort hören und spüren. Wir wollen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes miteinander feiern. Amen. Ich beginne mit dem Wochenpsalm, dem Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele und führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Machen Sie sich gerne unbeliebt. Wenn ja, dann sind Sie wahrscheinlich eine Ausnahme in der menschlichen Spezies. Denn wer beliebt ist, der hat Erfolg, der hat gute Aussichten auf Ansehen und Macht. Und da finden natürlich auch in den sozialen Medien viele Follower. Aber es gibt sie wirklich, die Menschen, die es vielleicht nicht gerne tun, aber sich doch unbeliebt machen, es in Kauf nehmen, sich unbeliebt zu machen. Gegenüber der Mehrheit. Ein Martin Luther gehörte dazu, ebenso wie ein Martinuser King, ein Che Guevara, aber auch der katholische Bischof Romero. Bis auf Martin Luther haben alle Aufgezählten damit dafür mit ihrem Leben bezahlt. Bezahlt für ihren Einsatz für Benachteiligte und Entrechtete. Sie haben sich bei den Mächtigen unbeliebt gemacht und deshalb wurden sie erst im Weg geräumt. Die heutige Tageslosung erinnert uns daran, dass Menschen, die ihrem Gewissen folgen, es nicht einfach haben. Dass Menschen, die die Wahrheit suchen, in den Beliebtheitsumfragen eher im hinteren Feld rangieren. Im Buch des Propheten Jesaja spricht Gott zu Jesaja. Siehe, ich habe dich geprüft im Glutofen des Elends. Und im Lukas-Evangelium hören wir als Lehrtext. Selig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschensohnes Willen. Freut euch an jenem Tag und tanzt, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Das mag sich anhören wie die viel zitierte Vertröstung aufs Jenseits, wenn hier vom Lohn im Himmel die Rede ist. Für diejenigen, die sich für die Gerechtigkeit und die Liebe einsetzen und sich dafür unbeliebt machen. Ist aber, glaube ich, nicht so gemeint. Denn wer seinem Gewissen folgt, der wird auch in diesem Leben besser mit sich ins Reine kommen und er wird auch wirkliche und wahrhafte Freunde finden, die an seiner Seite sind. Er wird zwar keine Mehrheiten gewinnen, aber er wird erfahren, dass Gott ihm durch den Heiligen Geist eine innere Kraft schenken wird, die viel beständiger ist als die kurzlebige Kraft der Beliebtheit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre uns Ratzen und Sinne in Christus Jesus. Ich möchte beten. Guter Gott, heute bitten wir vor allem für die, die sich immer wieder unbeliebt machen. Für die, die gegen die Strukturen von Unmenschlichkeit, Ungerechtigkeit und Zerstörung in unserer Gesellschaft kämpfen. Für die, die eine Wahrheit verkünden, die nur wenige hören wollen. Für die, die nicht nur den eigenen Interessen folgen und dadurch oft Nachteile in Kauf nehmen. Wir wollen darauf vertrauen, dass die Kraft deines Heiligen Geistes in ihnen lebendig bleibt. Gegen allen Spott, gegen alle Ablehnungen, die solche Menschen oft aushalten müssen. Wir bitten dich aber auch für die Menschen, die ohne Ereignis zutun, unbeliebt sind oder es werden. Weil sie eine falsche Hautfarbe haben oder Herkunft. Weil sie einer anderen Kultur angehören als die Mehrheit. Weil ihre sexuellen Neigungen nicht den allgemeinen Auffassungen entsprechen. Wir wollen darauf vertrauen, dass du ihnen Menschen an die Seite gibst, die zu ihnen stehen und dass du sie spüren lässt, dass jedes Leben in jeder Eigenart von dir geliebt wird, solange es andere Lebensweisen nicht ausgrenzt. Im Vertrauen auf deine Gegenwart sprechen wir mit den Worten deines Sohnes. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo wir auch sind, wohin unsere Gedanken und Schritte uns heute auch noch führen, wir wissen unsere Mitte bei Gott, dem Vater, der uns geschaffen hat, bei Gott, dem Sohn Jesus, der uns begleitet, bei Gott, dem Heiligen Geist, der uns tröstet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!